Hallo, willkommen zu einem Infovideo, das ist schon die dritte, die dritte Aufnahme. Entweder hat das Telefon gerabbelt und entweder kam jemand rein oder das, die Polizei, das Tatüt, das Blaulich und so, ich drehe noch durch, ey. So, wir haben Smackdown 7, Let's Played und beendet, das Tour Break, Ray, Batista, Pockety, Undertaker, Shantina, Boogeyman, nicht nur zugucken, sondern auch mitmachen. Ja, ihr dürftet leider nur zugucken und nicht mitmachen, ich hab mitgemacht und hab, what for them, also ich, ja, äh, ich muss jetzt mal einen Schluck essen und trinken. Ja, das ist das Handy, da kann ich durchdrehen, egal, mh, egal was jetzt kommt, ob jemand reinkommt, ich stell das jetzt einfach hoch. Ja, ähm, ich hab mit R.E.D. gespielt, das WWE Champion, und, ja, ähm, da kommt noch ein Battle mit MC Nick, Otto 1, 2, 3 WWE, also ich, gegen MC Nick. Ähm, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt, Let's Played together, Zweck, damals war 2007, und, ja, ähm, wenn er wild machen will, wenn nicht, könnte ich das auch sein lassen. Ja, 3 Matches, 3 Siege, mal gucken, wer da drin, der besser ist. Auf jeden Fall, ähm, wird das extrem werden, ich bin gut, er ist gut, mein bester Freund, kämpft gegen mich. Und, ja, ähm, ja, also MC Nick, nur eins ist das. Und, ja, ähm, ja, kommt das noch in der Playlist, Otto 1, 2, 3 WWE vs. MC Nick, also schon wieder mal ein Stück, ganz kleines Stück. Ja, ja, hm, jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr. Grand Theft Auto, Episode from Liberty City, holt zwei komplette Spiele, The Lost Dammit und Ballad of G. Tony. The Lost Dammit, Ballad of G. Tony, von Rockstar Games, ab 18, von hinten zu, damit ihr schon mal weiß, wie das aussieht. Ja, ähm, dann, wenn ihr das wählt, zocktisch, Ballad of G. Tony durch und der Lost Dammit. Und den Online-Modus natürlich mache ich dann auch noch, nicht auf 100%. Ich wette, bei Ballad of G. Tony die Base-Champs machen und bei Lost Dammit ein paar Straßenrennen oder Straßengang-Kriege. Da, ja. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Spiel. Smack The Lost Dammit 2011, Randy Orton, Seamus, The Undertaker. Ab 16, von THQ, ja, ähm, das ist dein Moment. Ja, hier, Transina, The Miss, Undertaker, Randy Orton, Jack Zwecker, Randy Orton und so, ja. Von anderen zieht das so aus und vergriffen. Die werden wir dann auch gucken, wenn ihr das wählt. Da ist das Spiel, das gute Stück. Dann werde ich mich vielleicht auch battlen mit MC Nick. Drei Mages, drei Siege, da kommt vielleicht War Rumble auch vor. Ja, ähm, auf jeden Fall werde ich dann das mit den Storys spielen. Also alle World War II, meine Nähe-Storys. Und die WWE-Welt, als das wird ein langes, langes Let's Play-Projekt. Wenn ihr das holt, würde ich mich drauf freuen, weil ich hab dort tierisch Bock. Genau wie auf Bellator-Kantoni. Jetzt ein Let's Play, das mache ich nur wegen euch. Damit rechnet ihr bestimmt nie. Call of Duty MW3, komplett in Deutsch. Ab 18 von Activision hergestellt. 100% Uncut, 100% Uncut, hier, 100% Uncut, komplett in Deutsch. Yeah. Wie ein richtiges Spiel sein muss. Von hinten so, die meistverkaufte Spielereihe in der Geschichte der Xbox 360 ist zurück. So, diese Idee sieht so aus. Und das Beste ist... Ja, das Beste ist... Komplett auf Blind. Das hab ich mir heute erst geholt. Ja, ähm... Wie machen wir das jetzt? Ihr wählt ab. Eins ist Call of Duty. Zwei, Smackdown 11. Drei, The Ballad of Gay Tony. Eure Stimme zählt. Ihr wählt ab, was ich nicht spielen werde. Ciao.